So, dann wollen wir mal anfangen. Einzige Problem ist, ich bin schwer nicht Spieler 1. Doch, bist du. Ne, machst du hier den Tod aus? Jetzt habe ich vergessen zurück. So, wir müssen jetzt nämlich noch mal, noch mal zurück. Ja, jetzt gehen wir mal. So, renn mal bitte, renn doch mal. Wir müssen hier noch mal spielen. Und nicht wieder dieser Zyklus. Ja, ist halt so. Der Zyklus war so anstrengend. Ich kann auch auf den Fernseher gucken. Wir können wieder fliegen. Oh, genau. Die läuft nach unten. Komm mit? Naja, ich komm mit. Machst du das kaputt? Machst du denn dann. Mann, wegen der bin ich da jetzt gegen gerannt. Nein. Super, ich nehme auch eine Glocke. Oh. Was ist denn denn da? Warte. Oh, ich bin in Kätzchen. Wo ist denn mal wer aus? Was ist denn das? Danke. So, warte. Warte. Skurrr. Warum verlieg ich das? Warte, nicht da reingehen. Ach, deswegen, ne? Also hier verdreht den Voyager besser hin, äh, als in Mario Maker. Mario Maker kann ich den nicht. Das muss ich da reingehen. Ja, genau. Du sagst, ich kann da reingehen und du bist schon zuerst da. Nein, das war eine Peach-Fan. Aber jetzt fehlt uns noch irgendwo ein Stern. Das war jetzt der erste, ne? Äh, ja. Ich geb das frei. Ich kann rüberfliegen. Rüberkratzen. So, ja, genau. Warte, wer an? Ratschen. Hey! Wieso, brauch ich mir die Ruh? Oh, Feuer... Nein, ich will die nicht haben! Ich will die nicht haben. Ich weiß nicht mehr, glaube ich. Ja, genau, ich fliege... Was? Ich wollte eigentlich weiterschießen. Wie willst du mal halt essen? Marek kaputt, schnell. Da, sammeln die Sternen ein, worauf du wartest. Ich will nicht die Feuerbügel. Ich häng da so... So ganz ungeduldig. Ja, genau. Nein, 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 nein. Du bist eh gleich wieder bei mir. Was drückst du beim Sternen? Sag mal, wenigstens mal an der Sterne. Nee, 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 nee. Nein. Weckesau. Das ist der Stern. Nein, 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 nein. Warte, ich will ihn. Wir haben ihn schon, du brauchst ihn nicht tun. Ich will. Ich will. Ich will. Yeah. Oh. Oh. Genau. Ah. Jetzt habe ich scheiße gesprungen. Uuuuh. Endlich eine Peachfahne. Ja, außer wenn du nicht meinen Highscore geknackt hast, dann wird es keine Peachfahne. Ich habe nicht deinen Highscore geknackt, locker. Weiß nicht. Ich habe nicht den Highscore geknackt, locker. So, wer jetzt denn? Oh, das sind alles Peachfahne da. Ebenfalls auch noch eine Luigifahne. So, den Tod überspringen wir jetzt. Haben wir da alle Sterne? Das haben wir... Da müssen wir noch machen. Na, das machen wir aber nicht. Mann, das war nur das eine Level nochmal neu gespielt. Und das müssen wir nochmal neu spielen. Ja, da sind aber alle Sterne. Oh, wieso müssen wir das neu spielen? Weil die Aufnahme abgeschnitten ist. Bis zu dem Level, was wir gerade eh nicht gespielt haben. Deswegen müssen wir die beiden nochmal neu spielen. Ja, okay, können wir dann zum Schluss nochmal dieses mit dem... Wasservieh spielen? Das ist doch nicht. Was ist das mit dem Baum, oder? Ich will Bier, oder? Ich will Bier, oder? Oh, was ist das? Polyglater! Und den habe ich schon. Ey, meine Mütze! Oh, Goomba weggeschlippert! Oh, ich hab die Kone voll dran! So, das geht bei ihm. Das geht ja nicht. Okay. Aber hier kommt das, ne? Vielleicht schon. Ich muss Katze sein! Oh, geil! Kombo! Kombo! Oh! Ich weiß noch nicht, was hier drin sein wird. So, da unten kommen wir ja nur als Katze hin. Also... Können wir eigentlich weitergehen? Oh, haha! Bombs! Pfff! Wollen wir die Linger heißen? Stein, dummer! Ja! Nur den Pilz, danke! Ja, nun die Glocken! So! Ich hab die Kone! Bisschen hergeschwind! So! Huch! Das ist der Vorteil, wenn man nicht fliegen kann! Du musst auch mal anfangen zu rennen! Du läufst immer langsam, Leonie! Ja, wie soll ich denn rennen? Na, bei mir ist es... Ah, Schatz! Bei mir ist es Y! Ja, dann musst du jetzt mal gedrückt halten! Oh mein Gott! Komm rüber! Bäm! Oh, Pilz! Und du den! Ich hab... Ich kann... Oh! Dreimal mehr getroffen werden! Oh, oh! Wenn wir noch reinbeben! Okay! Das ist so... Du rennst hier an! Ich fang doch mal an zu rennen! Das ist dann daran so schwer! Ja, aber das gehört zum Spiel! Ja, aber das gehört zum Spiel! Lass du dich nicht wundern, warum du dauernd stürzt! Oder schlechter bist als ich! Ach, das ist wieder das mit dem Auto! Oh! Huiiii! Nochmal! Ja, was hast du gemacht? Ähm... Das hab ich gemacht! Huiiii! Wie macht man das? Stammattacke ist das! Genau! Und schneller als du! Sollten wir jetzt nicht lieber mit dem eigenen Ziel anfangen? Ja! Wir rutschen! Voll der Rückschlag! Ah, ne! Ist das mit dem Auto wahr? Mhm! Das ist doch... Boser! Boser wieder! Und... Kleiner als vorne! Geil! Huah! Hey! Ich frag mich eigentlich wie der fährt! Da muss ich auch auf Gas drücken! Gar nicht! Das ist automatisch! Einfach nur ausweichen, oder? Ne! Zurückschießen! Ah, das wird schön! Wenn ich wüsste, wie es geht! Einfach gegenlaufen? Einfach gegenlaufen, ja! Aber du musst dabei rennen! Das gibt's nicht! Glaub ich! Also ich hab... Du hast es noch nicht getestet! Und ich mag's auch nicht testen! Weil wir haben nur noch zwei Leben! Huiiii! Huiiii! Lass mich auch mal ne Bombe! So! Hu! Na, ist das musst du aufpassen! Kommt das auf, wenn man's rein ist? Ja! Wirklich? Ja! Wirklich! Wirklich! Ja! Wirklich! 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 Wie! Mit der Stasse 3! Ach du! Feuer! Ach! Feuer! Ach! Die Bombe rüfen! Ach! Bolle! Ich bin echt ein schönes Mann! Ich bin echt ein bisschen! Ach! Oh, du hast mich doch zum Nebenfeld verloren. Das war nicht so gut. Sorry. Mach das Game Over, ne? Wow, das war echt knapp jetzt. Ist der jetzt tot? Ja, jetzt hat man ihn. Wie er guckt. Wieso schwimmen die immer alle in der Luft? Das können sie in der Lava machen. Du hast aber eine Pupsspur, ey. Und jetzt ist er ein Stern. Der hat gepupst. Und Münzen. War leider nicht genutzt für den Monat. Stell mal vor, bei der letzten haben wir ihn. So, wir müssen immer um auf die Dings springen. Das ist, glaub ich, ein Monat, ja. Okay, das ist eine riesige L-Fahne. Du springst da rauf. Und ich mach die Fahne. Warte, warte. So. Eins, zwei und los geht's. Aber es gab keinen One-Up. Ja, genau. Es ist eine Luigi-Fahne. Ja, nee. Aua. Autsch. Da war was. Ich hab Durst. Sorry, Viu. Muss A drücken. Aber ich glaube, der Spielton ist viel zu laut, oder? Mhm. Ich mach die mal ein bisschen leiser, so. Hör ich her nicht mehr. Muss ich A drücken? So, okay. Jetzt können wir dann zur nächsten Welt gehen. Wüstenwelt. Trockenwelt. Trockenwelt. B2. Das ist wie bei so Nintendo. Wieso geh ich da hin? Hier hin? Ja. Ich glaub, die ersten drei Level sind immer die einfachsten. Ja, immer. Bei jeder Welt. Nö. Oder Einführungs-Level-Welt. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Uh, Treibsand gibt's hier. Oh. Jetzt gibt's hier. Denkst du, da komm ich rüber? Ja. Oh, was? Das gibt's ja nicht. Ist das Treibsand? Wieso darfst du dich denn nicht so machen? Hä, das ist kein Treibsand. Mann, wie soll man gegen diese Dinger kämpfen? Mann, ich komm grad hin. Denkst du, ich komm hin? Oh, ich komm grad hin. Scheiß. Ich kann fliegen. So. Wie Peter Pan schießt. Stauflüge. Oder Männer fliegen. Ich kann schieben. Oder Peter Pan fliegen. Ja, ich hab so das Gefühl, wir bräuchten hier eigentlich den Katzenpilz. Aber naja, was jetzt... Warte mal. Warte mal. Hier. Das sieht sehr verdächtig aus. Guck mal her. Vielleicht müssen wir ja auch zusammen Stamm-Vertacke machen. Wie geht Stamm-Vertacke? So. Ich kann nur fliegen. Nein. Danke. Genau, so geht Stamm-Vertacke. Klingt nichts. Oh. Okay, ich kann irgendwas machen, aber es scheint keinen Effekt zu haben. Woot her. Wee- Whoa! Whoa! Ohohohoh! Guck mal her! Oh. Oh, oder so. Das war zwar nicht geplast. Ja, Generose. Komm nach. Das drückst du ja auch nicht nach. Ja, ich drücke mal den falschen nach. Oh, was ist das? Keine Ahnung. Ich spring einfach hinterher. Hallo? Ich spring einfach hinterher. Ja, und das hasse ich an Wandsprüngen, wenn der Wandsprünge macht, wenn ich gar keine machen möchte. Ja. Sag ich doch, da oben ist der erste Stern. Kackt man den bitte? Katze. Ja, super, wir haben keine Katze mehr. Doch. Okay, ist noch ein zweiter Katzenpil... so eine Katzenblöcke drin. Katzenblöcke. Kannst du dir holen? Ja, wenn ich da mal rankommen könnte. Oder ich kann sie dir runterlassen. Und da, wo sie gehen. Und hör auf, dich dauernd treffen zu lassen. Von mir los. Also einfach Y-Zeln drücken. Ja. Entschuldigung, Jamschuh. Okay? Ja. Ernsthaft? Komm jetzt. Nicht in den Sonnen. Du kannst einfach nicht drauf gehen. Willst du nochmal in den Münstigen? Auf jeden Fall gibt es da, wenn wir da immer hin und her springen, Leben, ne? Ja. Und ich glaube, du kannst da, wie lange kannst du schweben? Komm mal hoch. Hier. Guck, ich kann dir zeigen, wie lange ich schweben kann. Unendlich, oder? Nein. Halt doch mal den Knopf gedrückt. Halt dich doch. Ich halte dich jetzt nicht von mir. Oh, Mann. Zeig mal, gib mal her. Geil. Nicht lange. Okay. Was ist in den Melonen drin? Nein. Münzen? Da, ich darf. Ich darf nicht. Okay, dann müssen wir da die Münzen holen. Und diesmal nicht runterjumpen. Das ist unser einziger... Ich habe Feuerblumen. Geil. Ja. Unsere einzige Möglichkeit, ein paar One-Ups jetzt zu kassieren. Das ist so viel Game-O-Bach. Nein. Du fliegst drüber. Hä? Irgendwie müssen wir das da unten aktivieren. Hä? Ich glaube, das bedeutet, dass da tot ist. So, dann springen wir ein bisschen rüber hier. One-Up. Wieder nach mir. Zwei One-Ups. Drei Stolk-Kammer. Das soll. Aber können wir wieder noch ein bisschen weiterspielen. Ist doch cool. So was müsste es öfter geben. So, hier. Ich drück. Bitcoin-Challenge. Ja, genau. Hol dir die Glocke. Ja, die nehme ich. Dann haben wir noch ein Item mehr. Aber warte. Twicker die und dann schießt. Genau. Oh, ich gucke auch alle noch mal. Ich bin gerade mal bei der Hälfte, ey. Da gehst du rein. Oh, Wasser. Oh, Wasser. Da gehst du rein. Ja, der Katze. Ich weiß. So, das geht. Oh, fang den Fisch. Alter, das ist kein Fisch. Da ist ein Fisch. Den kann man nicht fangen. Er fliegt weg. Oh, ich kann spüren, bis ich vollkehle. Ja, wo ist denn eigentlich jemand? Das war bei den anderen auch Papa. Die gucken einfach nur, ob alles in Ordnung mit ihnen ist. Stimmt, ich kann nichts mit der machen. Oh. Was kalt's da alles? Was ist das? Bitteschön. Hier musst du durchwenden. Oh, ja, okay. Das ist natürlich nicht. So, hier gibt es wieder irgendwas. Feuerbüben im Studio. Dann haben wir wieder zwei Items. So, ich guck, was hier oben gibt. Es scheint nicht nach da oben zu gehen. Wo werden denn das für drei Spieler? Soll ich die trigglen? Oh, ja. Ah, ja. Oh. Oh. Nein, nein. Das gibt's doch nicht. Ach, bei so'n Dingern sollte man vielleicht nicht springen. Ich mach mich zu ner Blase. Ich will das... Ich mach mich zu... Warum benutzt du jetzt alle Items? Ja. Keine Ahnung. Ja, einfach auf damit. Wie macht man sich zu ner Blase? Mann, gar nicht am besten. Einfach mal rennen. Guck mal, wenn du rennst, bist du schneller. Ja, wenn ich renne, bin ich schneller und flieg runter. Nein, das stimmt gar nicht. Du musst einfach nur üben. Oha. Oh, stimmt. Nicht. Ich wollte den Stern nehmen und der ist immer über mich rüber gesprungen. Das ist unglaublich. Schubs mich nicht. Nicht schubsen. Schubs nicht. Nein. Schubsen, oder? Ich hab's geschafft. Ich auch. Ja, jetzt komm raus, da aus der Bubble. Da ist ein Stern. Du wolltest mich killen. Hast du das gemerkt? Hier, hier, süßes Teufel. Teufel. Achso, ich bin wie immer zu schnell. Du kommst auf jeden Fall hier die Wand hoch, die ich nicht hochkomme. Nee, du sollst nicht hoch. Ich bin wieder zu schnell. Und was machst du, Geschwisterchen? Oh, ich hab ihn nicht aufgeruscht. Du, aufgefrisst hat sich das? Das ist ein Stern. Warte mal, komm mal, es ist noch hier hin. Das tott auf jeden Fall. Müssen wir den fangen? Nee, ich glaube, wir müssen ihm helfen. Da gibt es uns ein Stern. Sag ich ja, sag ich ja. Wir müssen ihm helfen. Gefangen. Mann, bin ich gut. Deine Melodie ist gut. Jetzt rüber, 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 rüber. Äh, was? Und deswegen sollst du das nicht machen. Was? Sich in eine Bubble machen. Ich hab mich nicht in eine Bubble gemacht. Ich kann nicht hinterher. Mann, jetzt muss ich ja alles normal machen. Ha, dann darfst du einfach mal nicht so schnell sein. So. Siehst du, der macht sich schon selber eine Bubble, wenn du zu schnell bist. Ja, weil du zu langsam läufst. Schöpfe. Das ist gar nicht so schnell. Das ist gar nicht so schnell.